Alles in Ordnung. Du brauchst keine Angst zu halten. Ich wusste, du würdest kommen. Ja, ich werde euch helfen. Geh mir vielleicht nicht mehr. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Maden sind kein gutes Zeichen, oder? Ah, danke schön. Kann ich jetzt gehen? Kein Problem, du kannst gehen, wo immer du noch hin willst. Ich würde mich zum Shuttle bringen. Ja. Kein Problem, ich bring mich zum Shuttle. Mit meinem Kinesen-Modul. Aber nicht vergessen, die Praxisgebühr zu zahlen. Letzten Sie Kinesen, um Bewege zu bewegen oder zu werfen. Ziehen uns bla 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 bla. Ja, ich liebe dieses Kinesedingens. Bums. Deswegen merke ich mir auch den Namen. Also, wie funktioniert das? Muss ich jetzt mal eben probieren. Und ich hoffe, die rechte Maustaste funktioniert. Oh, 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 oh. Ich habe rechte Maustaste. Irgendwie... Irgendwie... Ähä. Das war jetzt so nicht geplant. Ah ja, das war jetzt mittlere Maustaste. Ich bin gar nicht rangekommen, aber ist egal. Ja, das war der zweite Modus. Dann gibt es einen Rundumschuss mit diesem netten Maschinengewehr. Ah, auf zur Arbeit, Techniker! Ja, apropos Techniker. Ist Isaac eigentlich versichert? Vielleicht bei der... Oh, oh. Vielleicht bei der Techniker Krankenkasse? Es bewegt sich... Zufall! Oder? Bam! Zufall! Gut. Gehen wir weiter. Wir können nur nachladen. Nein, wir können gar nicht nachladen. Oh, schön. Ja, 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 ja. Hm. Äh. Oh, toll. Die rechte Maustaste ist ja immer wieder herrlich heute. So, wir drücken F und dann können wir das Ganze hier zur Seite stellen. Echt genial. Und drücken nochmal F. Oder? Nehmen wir es hoch und... Nichts passiert! Und lassen die rechte Maustaste los, oder? Ja. Können sich, glaube ich, auch schleudern, oder? Ja, linke Maustaste. Ausgezeichnet. Wir verlieren dabei keine Energie. Gut. Das heißt, wir können alles Mögliche, was herumliegt, auch als... Waffe verwenden. Hm? Äh, heben Sie Schemate auf, um den Offshop-Objekt hinzuzufügen. Buh! Yes! Mach ich. Wir haben den... Flammenwerfer erhalten. Also nicht wirklich den Flammenwerfer. Wir haben quasi den Bauplan erhalten. Ich habe ihn bisher noch nie gebaut. Vielleicht später mal. Ah, hier ist es schön. Ja, Bob. Oh. Ihr Problem. Bei mir ist alles in Ordnung. Okay. Der hier. Das klingt ja einfach. Zum Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Erstmal holen wir uns das, was hier drin liegt. Plasmaenergie. Maschinengewehrenergie wäre mir lieber. Und hier ist nichts. Noch nicht. Lebenserhaltung. Na, wenn er schon so ausgezeichnet ist, werden wir es wohl später noch gebrauchen. Und, oh, irgendwas. Yeah. Der Techniker hat wieder aufgestampft. Impulsprojektile für unser Maschinengewehr. Hm. Ich mache ein bisschen lauter. Jetzt kommt der Gruselfaktor nicht so richtig rüber. So wie in 8 Uhr morgens. Ich muss jetzt später zur Uni gehen. Deswegen spiele ich noch ein bisschen Dead Space. Sorry, dort ist der Shop. Shop. Apropos Shop. Wir gehen zum Shop. Und dann, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann bin ich ein genauso guter Techniker wie Isaac. Auch wenn ich sowas nicht studiere. Äh, dann kann ich auch Monster niedermetzeln. Juhu. Luftkanister. Klein. Shop. Hm. Flammenwerfer. Inventar. Finden wir unten irgendwas? Energieknoten können wir kaufen, aber wir haben nicht genug Geld. Bla, 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 bla. Äh, verbraucht... Nein, der Flammenwerferplan verbraucht keinen Platz. Gut. Plasma Cutter. Gut, ich bin zufrieden. Raus hier. Ah. Bin ich eigentlich gegen Monster versichert? Ah. Achso, das ist nur Wasser. Leichen. Oh, Plasma Energie. Noch besser. So, schön aufräumen. So, alles in die Ecke, ja. So mach ich das auch in meinem Zimmer. Höhöhöh. Ähm, ja, okay. Ähm, Forschungsflügel. Zudrücken nur für autorisiertes Wissenschaftspersonal. Was wir auch sind. Warum gehst du nicht auf? Kommt irgendwas von hinten? Nein. Äh, es lädt einfach nur gerade. Äh, es lädt einfach nur für autorisiertes Wissenschaftspersonal. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundärfeuer. Ähm, ja. Oder mittlere Maustaste. Ähm, weiter. Ja, danke, danke. Ich weiß. Du, du, du. Du, 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 du. Science! Science! Das sieht mir doch nach einer defekten Tür aus. Und diese defekte Tür scheint gerade das einzige Problem hier zu sein. Zuckende Leichen. Nein, kein Problem. So, wir haben noch genug Energie. Nein, das ist überhaupt nicht gruselig. Setzen Sie es da sein, um Erwerbte zu verlangsamen. Das hatte ich vor. Hört ihn durch. Hauptlabor. Science! Tschakadum! Oh ja, dies ist ein schöner Raum. Wirklich ein schöner Raum. Was soll jetzt noch schief gehen? Da, 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 hm? Gefährliche Anomalie Registrierung. Oh! Nein, wie überraschend! Damit hätte ich nie gerechnet. Hallo? So, da noch mal. Oh, der ist schnell. Und alles zu laut. Hallöchen. Und? Oh, das bringt ja gar nichts. Weg, 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 weg. Autsch. Oh, oh. Oh, oh, weg, 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 weg. Diesen schnell. Oh! Oh, 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 oh. Toll. Oh, 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 oh. Problem. Keine Munition mehr. Und ich brauche jetzt irgendeinen sicheren Punkt, wo ich die Waffe wechseln kann. Fuck. Hier scheint das halbwegs sicher zu sein. Gut, wie konnte ich die jetzt wechseln? Äh, fuck. Wo kommt denn der her? Nein, 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 nicht gut. Flieg! Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Wo konnte ich die Waffe wechseln? Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Okay, ich werde das hier zusammenschneiden. Ich muss ins... Was zur Hölle? Ich... Was zur Hölle? Warum spinnt dieses... Egal, ich muss zusammenschneiden. Ich muss ins Handbuch sehen. Bis gleich. Okay, zurück. Es ist anscheinend die Tabulator-Taste. Und da ich vorhin Q gedrückt habe, habe ich das Medipack benutzt. Gut, weg hier. Nein. Oh, schön. Schön, schön, schön. Gar nicht mal so schön, aber ich rede mir jetzt einfach den Tag schön. So, alles, was noch gut laufen kann. Naja, außer der hier. Oh, die benutzen tatsächlich den... Ach, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich kann auch die... Ach, hier, genau. Kann ich doch auch die, äh, hier, hier, Zahlen-Ziffern-Tasten benutzen. So, jetzt aber... Ja, nö. Ja, jetzt reagiert die rechte Maustaste nicht. Ach, ist ein schöner Tag, nicht wahr? Hier funktioniert gar nicht. Ich kann die Waffe nicht wechseln und ich mache gerade meine Maus sauber. Äh, ja, das ist so. Am frühen Morgen einfach mal von Zombies zerfleischt werden. Ach, ist das schön. Ach, ja. Ich glaube, die ist einfach nur verdreckt. Vielleicht sollte ich mal auseinandernehmen oder sowas. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Zack, 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 zack. Habe ich gesagt. So. Jetzt sollten wir ein wenig Erbstand gewinnen. Hallöchen. So, du bist erledigt. Ja, 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 ja. Den Rest nur musst du nachher. Ähm, so hier. Und so hier. Noch mehr? Bitte nicht. Oh. Kommst du mit deinen Kollegen nicht vorbei, ja? Das war noch nicht alles. Das war bei Weitem noch nicht alles. Aha. Was haben wir denn da? Ja, nee. Ach, Isaac. Bloß nicht zielen. Nein.